Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show und bei uns geht es heute bunt und rund. Was es genau gibt, das sagen wir Ihnen gleich, aber erst einmal möchte ich ganz herzlich unsere Wohnexpertin Chrissy begrüßen. Hey Chrissy, schön, dass du da bist. Hallo liebe Claudia, ich bin auch total happy und total verknallt. Er heißt Baldwin, er ist einzigartig, vielfältig, flexibel und wenn ich jetzt sage, Baldwin ist ein Stuhl, dann ist es total untertrieben. Bevor ich dir jetzt weiter vorschwärme, erzähle ich Ihnen mal, was Sie das kostet. Und zwar jetzt zu dem Preis, der sowieso schon rabattiert ist, gibt es nochmal 10% Rabatt hinzu. Das ist doch mal was. Super. Ich würde dir gerne mal ein bisschen näher was von ihm erzählen und danach würde ich Sie bitten, schon mal ein iPad, ein Computer oder irgendwas zurechtzulegen und dann gehen wir das ganz langsam miteinander durch. Du kannst dir deinen Stuhl nämlich wunderbar zusammenstellen, konfigurieren. Du kannst dich entscheiden zwischen einem Stuhl, zwischen einem Barstuhl. Dann gibt es bisher 12 verschiedene Stuhlgestelle, 4 verschiedene Bargestelle, 23 verschiedene Schalen. Da kannst du nochmal aussuchen, zwischen Kunststoff, Kunstleder, Samt, Meliert, zwischen sehr vielen verschiedenen Farben. Da gehen wir gleich drauf ein. Und als letztes haben wir die Chance, endlich mal so richtig durchzudrehen. Da gibt es nämlich noch ein Zusatzelement, was sich dreht und zwar im 360-Grad-Winkel. Das hört sich super an und ich würde mal sagen, wir starten mal gleich mit dem Konfigurator. Und wenn Sie jetzt zu Hause sagen, oh, das wird kompliziert, ist es nicht. Ist ganz einfach und Sie können mir einfach über die Schulter schauen und dann gehen wir alles Schritt für Schritt einmal durch. So, ich gehe einfach hier auf die Höfner-Seite, höfner.de. Dann im Suchfeld Baldwin eingeben. Ja, das mache ich auch. Baldwin. Da ist er schon. So, und hier haben wir auf den ersten Blick schon mal so eine kleine Inspiration. Und zwar sehen wir unterschiedliche Farben und Formen von Baldwin. Aber wir wollen ja unser individuelles Piece haben. Und klicken einfach hier oben auf das Bild. Genau, und jetzt kannst du wählen. Was möchtest du gerne haben? Ich möchte gerne zu meinem neuen Esstisch unbedingt schöne Stühle haben. Das heißt, ich wähle erst mal einen Stuhl. Genau, und jetzt kannst du erst mal die Schalen dir anschauen, die bisher da sind. Da kannst du wählen zwischen Kunststoff, Kunstleder, Stoffmeliert, Samt, auch wunderschön. In verschiedenen Farben, verschiedene Strukturen. So, und ich habe mal Cognac Kunstleder ausgesucht. Ich glaube, das kann ganz gut aussehen. Dann hat man die Möglichkeit mit Armlehnen oder ohne Armlehnen. Hier würde ich auch ohne Armlehne nehmen, weil es mir persönlich manchmal so ein bisschen eng wird. Also ohne. So, und jetzt gehen wir richtig crazy. Ich möchte kein Chrom, ich möchte kein Schwarz, kein Weiß, keine Eiche. Ich nehme kupferfarbene Füße dazu. Guck mal, der sieht richtig, richtig schnuckelig aus. So, jetzt haben wir alles ausgewählt. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Und das finde ich jetzt richtig cool. Das habe ich in der Tat auch so noch nicht gesehen. Bei diesem Stuhl können wir jetzt auch wählen, ob wir ihn drehen lassen oder nicht. Und jetzt wähle ich das Drehelement. Drehbar. Und habe einen richtig tollen, individuell konfigurierten Stuhl. Ja. Ich finde, an diesem Stuhl können Sie sich mal so richtig austoben und das für sich rausfinden, was Sie gerne möchten. Es gibt so viele unterschiedliche Farben und Formen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich selbst würde mir den Stuhl insamt gesteppt, grün sozusagen, als Family Queen bestellen für meine Jungs. Ganz klar, ganz pflegeleicht. Hier kann man ruhig gekleckert werden. Da ist der Kunststoff-Sitz ideal. Also hier wirklich ein großartiges Produkt und ich muss nochmal erwähnen, Sie können sich hier Ihr eigenes, persönliches, individuelles Stück zusammenstellen. Das hat vielleicht niemand anderes, egal welche Farben und Formen und Materialien Sie lieben. Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Und zum zusätzlich rabattierten Preis nochmal 10%. Und Chrissi, ich muss das auch nochmal aufgreifen. Sie können natürlich alle Produkte, die Sie von uns vorgestellt bekommen, über die Hotline auch bestellen. Aber gerade in diesem Fall würde ich davon abraten. Denn ich finde, Sie brauchen so ein bisschen Gefühl für Farbe, für Formen. Passt das zusammen. Man muss das sehen. Man muss das eventuell auch anfassen. Und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, legen Sie sich zu Hause auf die Couch. Schnappen Sie sich einen schönen Kaffee und dann nehmen Sie das iPad oder das Handy und konfigurieren Sie both dann einmal durch, was Sie brauchen. Oder noch viel besser, du hast es gesagt, kommen Sie vorbei. Denn man muss mal so ein bisschen anfassen. Man muss auch mal Probe gesessen haben. Die Liebe entsteht beim Anfassen, beim Anschauen, beim Ausprobieren. Das hast du schön gesagt. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Deswegen viel Spaß beim Konfigurieren und viel Spaß beim Verlieben. Und ich freue mich sehr, wenn ich Sie in der nächsten Woche wiedersehe. Montag ist Montag und es gibt eine neue Ausgabe der Häufi Show. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. 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 Tschüss.